Ah, da sind wir auch angekommen. Bar Citizen. Grüezi. Grüezi. Meine Schwester. Sehr gut. Ich bin der René, hallo. Na ja, gut. Boah, guck mal. Ich werd mir leer. Hi. So, hallo. Ich bin der Gux, ich bin hier auf so einer Bar Citizen. Da ist die Püppi. Hallo. So, das war jetzt schon. Das war's. Das ist der Mitch von Burst Night. Falls ihr nicht wisst, wie Mitch aussieht. So sieht Mitch aus. Ist das jetzt Foto? Das ist Foto, ne? Das ist Video, ne? Das ist Foto. Ja, das ist Foto. Das ist Foto. Deswegen läuft da auch die Zeit. Es ist still, ne? Deswegen läuft da unten die Zeit. Es bewegt sich nicht, ne? Es bewegt sich. Ja, gut. Es bewegt sich. Wieso? Alles klar. Sag mal. Sag mal. Hallo Community. Ich grüße die Essener Heimat. So ist richtig. Ja. Ja, hat er jetzt das Foto gemacht? Hat das Foto. Warte, warte noch kurz. Dann macht er aus. Warte. Warte. Gleich macht er das Foto. Ja, der blinkt so komisch. Ja, der blinkt. Ist der auch? Der blitzt nicht. Warte mal, das geht mir gerade total in die Knie. So, ich hab mal gelüftet. Ist doch warm hier. Und Sudo macht jetzt Solo-Karriere als Wing Commander. Wir haben ja bloß mit Wing Commander auch. Das ist doch super. Bei welchem Teil bis jetzt? Teil 3? Teil 3, ja. Teil 1 und Teil 2 habt ihr durchgerültet. Ich hab mich durchgekämpft. Sehr schön, sehr schön. Machst du das alleine? Ja, tatsächlich. Geht ja schlecht im Koop, ne? Ja, aber es kann ja sein, dass ihr sagt, eine Mission fahr ich, eine Mission fährst du. Nee, aber der Chip gibt einen seelischen Beistand. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon längst geranget. Hast du wenig Beistand? Doch. Ja, ich glaube, wo waren wir stehen geblieben? 58 Tode oder so in Teil 2? Ei, 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 ei. So, da ist Trice. Hallo Trice. Hallo Trice. Hallo Leute. Trice-Ka-Decat. Wie heißt der Würfel? Trice-Ka-Decat. Trice-Ka-Decat. Der hat 20. Nee. Zwölfseitige. Nee, Trice-Ka-Decat ist 13. 13-seitige Würfel. Nee. 13-seitige... Du denkst an einen Dodeca-Hedron. Ja, ich denk an einen Dodeca-Hedron, einen 20-seitigen... Der Dodeca ist... Zwölf? Der Dodeca-Hedron ist der Zwölf. Okay, und Trice, du bist jetzt wo? Alleine. Du bist alleine. Dann hört man mich bei ihm im Stream mit. Ja. Als Mod. Als Mod. Und zum Zocken und so. Ja. Ich hab Crash einfach die Crew geklaut. Ja. Die sind jetzt bei mir. Okay. Dann nach und zu hört man mich bei mir selber, wenn ich jetzt mit Wurzel... Den kennt ihr auch. Und anderen gerade, weil du es gehst. Ja. Und... Der Bahrain hat man mich ein bisschen... Ja. Reden Sie bitte in dieses Gerät. Bruder, was hältst du denn generell? Was hältst du denn generell? Was hältst du denn generell? Von... Von... Von Leuten, die dich aufzeichnen. Ne, total super. Ich mag die, die gerne. Ja. Wollen wir mal schon auf Vorschuss spielen? Ist so... Ja, morgen. Wenn ich jetzt den Launcher anmache, dann können wir morgen spielen. Du hast noch mehr Namen? Meine Frau nenne mich Tiger. Tipp mir Tier Namen. Aber ich bin jetzt ausgestattet. Ja, ich bin... Ach doch, oh Gott. Der Dreis hat sich gekümmert. Jetzt kommt noch Tiger. Jetzt kommt noch Tiger. Soll ich machen? Du kannst Tiger schreiben. Du kannst auch Dijor mit D schreiben. Dijor. Ja, und wenn ich sowas schreibe, kann ich dann plötzlich Tiger. Kiss me off, Baby. Okay, das war jetzt irgendwie gut. Der ist immer mal wieder mit. Aber er ist jetzt erst seit ganz kurzem hier... Er hier, Besitzer eines Alagoora. War er der, den wir abgeschossen haben? Nein, nein, nein. Das war der andere. Das war der andere. Dann war ich nicht dabei. Das war auch sehr lustig. Du warst nicht dabei und wo jemand abgeschossen wurde. Das war sehr gut. Wir waren freitags, samstags zu dritt unterwegs und montags war ich nochmal mit dem Tom unterwegs. Und da hatte ich den gerade in die Aurora gesetzt. Ich bin geplatzt und nicht zurück. Ich denke, wenn die geschossen haben, schießen sie auch. Dann bin ich auch geplatzt. Richtig. Und ich habe versucht, sie zu erreichen. Hör auf zu schießen. Das sind meine Jungs, die schießen da nicht zurück. Aber das war gut, weil der Tom wollte mir nicht glauben, dass Quantum kein Ladebildchen ist. Und das fand er so geil, dass er sofort sagte, jetzt gehen wir mal auf die Webseite. Jetzt sagst du mir mal, was für ein Paket kann ich kaufen oder so? Und dann habe ich ihn ein bisschen beraten. Der hat sich in der Woche dann aus dem Paket geholt. Er muss ja sagen, immer dieses Piratenpack, was immer einen irgendwo aus dem Quantum einfach wegballert, umgefragt und eine Stunde später liest du was im Chat oder im Discord. Ganz, ganz schlimm. Ja, das ist toxisch. Das ist ja richtig toxisch. Das ist richtig toxisch. Das ist richtig toxisch. Diese Old Griefer. Ja. Die sind gar nicht alle weg.